Hallo Youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OneLine, nein Spaß, KnockbackFay auf meinem Kanal Und ja, ich versuche heute mal einfach so viele Kills wie möglich mit der Faust zu kriegen Und ja, ich hoffe mal, dass wir in 10 Minuten, dass ich in 10 Minuten halt eine gewisse Anzahl von Kills kriege Ich weiß es nicht, 10 Minuten, wie viel kann man da schaffen? Ich glaube mal 40 Kills sollten drin sein in 10 Minuten, ja locker Okay, dann lief ich jetzt einmal, geh wieder rein, damit wir die Kills auch zählen können Und los geht's ab jetzt, 43 Sekunden ist die Aufnahme alt Und ja, wie gesagt, so viele Kills wie möglich Da haben wir schon mal einen Wäre natürlich schon geil, wenn wir hier auch lange überleben und viele Kills machen Wie ihr seht, ich habe auch die Handcammer am Start Mir haben letztes Mal Leute unterstellt, dass ich KnockbackReducer habe Oder Autoclicker, dass ich so wenig Knockback bekomme Aber nein, habe ich nicht Ich hoffe, ich kann es ja auch mit so einem Stück weit beweisen Keine Ahnung Nein, ich teame nicht, Leute, nein Ich teame nicht, Leute, checkt es doch Oh, als ob ich den Hit nicht bekommen habe Als ob Als ob, als ob Na, okay Okay Okay, 5 Kills haben wir Ach, meine Güte Eine Minute ist auch Okay, das wird echt knapp Das wird knapp, vor allem, wenn wir so einen haben, der so eine Range hat Ich weiß noch damals, wenn die guten alten Zeiten Wo hier unten immer ein Hacker stand Und dann alle weggefetzt hat mit seinem Knockback und seiner Kill-Aura Aber jetzt haben wir, haben sie ja genügend Okay, der Typ timet Ja, okay Einen Kill haben wir noch Okay, noch einen Kill So kann man die eigentlich ganz gut holen gerade Leute, 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 Leute Jo, das nenne ich Gemetzel Bin hingefallen, ist da Oh, schade Gerade ist so schöne Überlebenskünste gehabt hier Oh mein Gott Okay, einen Kill habe ich Gut Oh, da kassiere ich den Double Hit Oh mein Gott Ja, also Leute Schaut auch mal auf diesem Server vorbei Ist echt geiler Server Es macht echt Spaß hier drauf zu zocken Bieten auch noch andere Modi an Und Minispiele Eigentlich auch mal ganz nett Zur Abwechslung dieser Minispiele Sieht man nicht auf jedem Server Vor allem auch mal eine andere Idee Ich habe es noch nie so gesehen Mit dem Tic-Tac-Toe Und so kann man hier spielen halt Ist ganz lustig Also schaut vorbei Eisvision.de Natürlich Steht ja auch oben Links bei der IP Ja, ich glaube hier seht ihr mich auch etwas öfter drauf Und eigentlich mache ich hier auch immer Screens Nur während den Aufnahmen Bin ich immer Serious Nenne ich es mal Ja, okay, Leute 24 Kills in 3 Minuten Okay, ne, komm Ich glaube Die Zahl der Kills Müssen wir mal ein bisschen hochschrauben Hier Ja, 50 Ja, 50 sollte eingeladen 75 Kills 75 Kills mit der Hand Müsste Vielleicht sogar machbar sein Vor allem wenn wir mal eine Überlebensphase haben Na, fuck Habe ich noch nicht kassiert Habe ich noch nicht kassiert Nein, überlebe ich nicht Fuck Ich weiß gar nicht, ob der Akku meiner Kamera so lang hält Das wird, glaube ich Ein bisschen Eng Oh, Mann Hier seht ich Butterfly ja auch nicht auf Linksklick oder so Dass ich da CPS habe Ich habe irgendwie 6 CPS oder so Keine Ahnung Der Typ hat echt luck Der dreht sich da Ohne Ende Oh ja Hier könnte ich stehen bleiben Oh, okay Gehe ich halt Okay Okay, da habe ich jetzt gerade Oh, mein Gott Gott, war das erotisch Wie wenn ich knockbackig bekommen habe Leute, Leute, Leute Kommt mal runter hier Wechsel gleich zu One-Line Na Gut Hey, als ob Ach, der timet Okay Okay No Meinen, da kommen die Hits von überall Man weiß einfach gar nicht, woher Wirklich dieser Hit jetzt kam Ciao Stopp Na Na Ja Lauf runter, mate Gott, die xd-14 Stopp Gern die Kills ab So 50 haben wir reached Okay, den steve haben wir auch noch geholt Als ob er nicht fliegt Schade Oh mein Gott Ah, der Junge dead Oh, sick ey Come on guys Jetzt aber Nein Nein Okay Okay Den haben wir auch Nein, 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 nein Schade Leute Leute, ich teame hier mit keinem Gut, sieben Minuten Sieben Minuten haben wir Und wir haben 63 Kills Vielleicht schaffen wir sogar dreistellig Das wäre immer was Nooo Da hat er mich ausgeträgst Okay, zwei Kills wieder Nein Als ob der Typ ohne Gold hier so viel Glück hat, Alter Ich hab wirklich wieder keinen Kill gemacht Und da springen sie allesamt nach Wenn ich runtergehe Allesamt springen sie nach Oh mein Gott So, ciao, Leute Nein Mann Ich geh nochmal woanders hin Ja, da folgen mir dann so einzelne Personen Die ich dann vielleicht nach und nach gerackt bekomme Och, Leute Ach, Gott Giftdrank ist da Der bekommt ja noch weniger Knockback als ich, Alter Ciao Ja, okay Dreistellig wird's wahrscheinlich nicht mehr 75 Kills haben wir reached Nein Also Okay Mann Ich wusste es, dass der mich im Endeffekt abstaubt, Alter Okay Wir haben noch eine Minute Zeit Ich liebe manchmal meinen Knockback So 83 30 Sekunden noch Ich glaub, damit kann man ganz zufrieden sein Nur mit der Hand So in 10 Minuten Junge Man gibt halt einfach dermaßen wenig Knockback Okay 10 Sekunden noch Nein Der will der Letzte sein Okay 43 So Jetzt ist's aus Ich lass mich gleich noch kurz einmal killen 84 Kills haben wir geschafft in 10 Minuten Ich finde, das ist nicht schlecht Und ja, wie gesagt Schaut mal durch den Server vorbei Habt Spaß hier drauf Kann man auf jeden Fall hier drauf Spaß haben Admins, Mods Supporter USW Alle sehr, sehr nett Hilfsbereit Und immer da Und ja, ansonsten Dann würde ich auch sagen Bis zum nächsten Mal Und tschö Mit Ö We 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 We